Ein Mann unterhält sich mit einer Frau über seinen Reiseplan. Wann wird er zurückkehren? Du wirst nächste Woche verreisen, nicht wahr? Ja, ich werde am Dienstag nach London fahren und zwei Tage bleiben. Danach fährst du nach Paris? Ja, ich werde am Donnerstag nach Paris fahren und über Nacht bleiben. Danach werde ich zurückkehren. Also kannst du am Samstag an der Besprechung teilnehmen, richtig? Ja, kann ich. Wann wird er zurückkehren? Ein Mann unterhält sich mit einer Frau über seinen Reiseplan. Wann wird er zurückkehren? Du wirst nächste Woche verreisen, nicht wahr? Ja, ich werde am Dienstag nach London fahren und zwei Tage bleiben. Danach fährst du nach Paris? Ja, ich werde am Donnerstag nach Paris fahren und über Nacht bleiben. Danach werde ich zurückkehren. Also kannst du am Samstag an der Besprechung teilnehmen, richtig? Ja, kann ich. Ich werde mich zurückkehren. Ich werde mich zurückkehren.